. . . . Es war sehr gut, es war eine schöne Party. Ja, es ist perfekt. Weil es bewegt mich zu sehen, wie Leute aus aller Welt zusammenkommen und sind alle jüdische Leute. Ja, wir sind natürlich alle sehr aufgeregt, gerade auch Team Deutschland. Wir haben sehr hart dafür trainiert, heute Abend hier dabei zu sein bei den European Maccabi Games im eigenen Land. Und man guckt sich schon so ein bisschen die anderen Mannschaften an, auf wen man dann treffen würde in den nächsten Tagen. Und ja, wir sind alle froh, dass es jetzt endlich losgeht. Amen. Am Israel! Am Israel! Am Israel! Am Israel! Am Israel! Am Israel!